Design wird im öffentlichen Bereich immer mehr nachgefragt und das gilt auch für die sanitären Anlagen, denn sie spiegeln das gesamte Image der Einrichtung wider. Der neue elektronische Seifenspender BINOPTIC bildet mit unseren BINOPTIC Armaturen ein harmonisches Ganzes in einem Design. Und dieses elektronische Ensemble ist somit berührungslos und das Beste in Sachen Hygiene und Händewaschen. Durch die berührungslose Funktionsweise besteht keine Gefahr, das Produkt zu berühren und damit auch kein Risiko, sich nacheinander Bakterien und Keime zu übertragen. Der große Vorteil dieses Produkts ist, dass es an Flüssig, aber auch an Schaumseife angepasst ist, die wir immer häufiger in öffentlichen Sanitäranlagen finden. Und er ist auch für hydroalkoholische Desinfektionslösung geeignet. Sehr oft befindet sich bei dieser Art von Spendern das Elektronikmodul und der Tank unter dem Waschtisch und sind daher schwer zugänglich. Daran wollten wir wirklich arbeiten, um diese Art von Produkt zu verbessern. Daher ist der Tank nun sehr gut zugänglich, ohne dass sie sich tief bücken müssen. Man kann wirklich fast ohne hinzuschauen rangehen, den Tank leicht abklipsen und dann ganz einfach wieder einklipsen. Wenn der Behälter wieder befestigt ist, ist er außerdem gut verschlossen, damit kein Schmutz oder Insekten ins Innere gelangen und die Spenderpumpe beschädigen können. Dieser Spender kann in allen Arten von Sanitäranlagen installiert werden, da er mit einem 1-Liter- oder Halbliter-Tank oder ohne Tank zur Verwendung mit einem großen handelsüblichen Gebinde erhältlich ist. Schmutz-Geräusche